Es ist ein Orchester, der eine sehr starke Persönlichkeit hat. Die Neugier des Orchester ist immer und ständig präsent. In den letzten Tagen haben wir alle Beethoven-Sinfonieren gespielt. Sie können sich vorstellen, wie oft wir sie gespielt haben. Aber es gab die Zeit und es gab die Neugier, das alles nochmal durchzudenken. Das ist eines der wenigsten Orchester auf der Welt, die wirklich denkt in und mit der Musik.